Hallo und herzlich willkommen bei DIRR TV. Die LED-Flächenleuchte DIRR DLP 2000 ist ein Multitalent im Lichtbereich, denn sie ist gleichermaßen für Videofilmer und für Fotografen geeignet. 200 Hochleistungs-LEDs sorgen für eine Beleuchtungsstärke von bis zu 12.000 Lux und diese Lichtleistung ist stufenlos dimmbar, kann so jeder Situation angepasst werden. Die Farbtemperatur lässt sich von 3000 bis 7000 Kelvin einstellen. Dadurch kann die Farbtemperatur der LED-Leuchte der Umgebungsbeleuchtung angepasst werden. Farbstiche durch Mischlicht können dadurch vermieden werden. Das wird auf der Rückseite des Displays angezeigt. Mit den Abschirmklappen lässt sich der Lichtstrom reduzieren. Die mitgelieferte Diffusorscheibe macht das Licht weicher, was besonders bei Porträts interessant ist. Mit dem Orangefilter kann ich die Farbtemperatur nochmals reduzieren. Die Lampe lässt sich auf der Halterung schwenken und drehen. Die LED-Flächenleuchte DER DLP 820 ist fast identisch mit der DLP 2000. Sie hat sogar 820 LEDs. Die sind aber nicht ganz so leistungsstark und kommen auf 6300 Lux. Übrigens, je höher der CRI-Wert, desto angenehmer das Licht. Beide Lampen haben einen sehr hohen CRI-Wert von 95. Wir sind hier in einer alten Garage. Steckdosen sind hier ein seltenes Gut. Wie schön, dass die DER-Flächenleuchten DLP 2000 und DLP 820 mit einem Anschluss für professionelle V-Mount Akkus ausgestattet sind. Ich habe hier den DER-Kompakt V-Mount Lithium-Ionen-Akku CVL 98. Mit 98 Wattstunden hat er an der LED-Flächenleuchte DLP 820 eine Reichweite von bis zu zweieinhalb Stunden und das bei voller Leistung. Bei der DLP 2000 sind es etwas weniger. Die Ladezeit liegt mit dem optionalen Ladeteil bei vier Stunden. Eine Füllstandsanzeige ist eingebaut. Eine kleinere Akku-Variante gibt es von DER mit 65 Wattstunden für eine Reichweite von 1,5 bzw. eine Stunde und zweieinhalb Stunden Ladezeit. Das alte Moped finde ich cool. Ich werde ein paar Aufnahmen davon machen. Mit ein paar Bildergebnissen verabschiede ich mich. Weiteres Foto- und Video-Zubehör gibt es auf www.derfoto.de. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!